Ja, ich möchte Ihnen gerne einmal ein bisschen was über Pflege während der Urlaubsreise erzählen. Wir bekommen immer wieder die Frage gestellt, wie genau funktioniert das mit der Pflege und wie muss ich mich im Vorhinein einer Reise darauf vorbereiten. Ich möchte Ihnen gerne drei verschiedene Varianten erzählen, wie wir unsere Pflege abwickeln. Unter anderem bieten wir an, dass ein ganz normaler ambulanter Pflegedienst ins Hotel kommt. Das ist an sich erstmal die erste Variante und die einfachste Form der Pflege am Urlaubsort. Das heißt, viele kennen das schon, wenn sie zu Hause einen Pflegedienst haben, kommt er einfach ins Hotel. Das ist eigentlich nichts anderes. Sehr, sehr häufig kann der Pflegedienst dann auch ganz normal, auch selbst in Nicht-Deutschland, also das heißt im Ausland Spanien unter anderem, kann das direkt abgerechnet werden. Auch da haben wir Pflegedienste, die mit der Pflegekasse in Deutschland direkt abrechnen können. Von der Abwicklung bei einer Buchung ist es so, dass Sie dann einfach angeben, ambulanter Pflegedienst wird benötigt. Sie können auch gerne schon Wunschzeiten nennen und wir leiten das dann schon mal weiter an den Pflegedienst. Sie erhalten dann mit der Buchungsbestätigung eine Telefonnummer von unserem örtlichen Partner, wo Sie direkt nochmal Kontakt aufnehmen können und dann auch bei intimeren Fragen oder auch von Ihrerseits aus, das ist ja auch eine Vertrauensbasis, die aufgebaut werden sollte, können Sie nochmal direkt mit dem Pflegedienst telefonieren. Die zweite Variante ist ein sogenanntes Pflegehotel. Dort ist es so, dass der Pflegedienst eben nicht ambulant dort hinkommt, sondern schon im Hotel stationär mit drin ist. Da haben Sie den Riesenvorteil, dass auch da, wenn Bedarf ist, man klingeln kann und dann auch jemand im Notfall vor Ort ist. Nichtsdestotrotz sollten Sie da beachten, wenn Sie in ein Pflegehotel gehen, müssen Sie auch da feste Zeiten absprechen, weil natürlich das Pflegepersonal, was dort ist, das ganze planen muss. Also wichtig, wenn Sie ein Pflegehotel buchen, planen Sie das mit uns vorab, damit wir auch wirklich sicherstellen können, wenn Sie dorthin reisen, dass Sie vor Ort auch ausreichend versorgt sind. Und die dritte Variante, die wir anbieten, das ist eine 24 Stunden Reisebegleitung. Das ist, sag ich mal, die Luxusvariante der pflegerischen Versorgung. Da ist es dann so, dass wir ein Pool haben von Mitarbeitern, die wir dann für Sie auswählen und diese Person kann die Reise begleiten. Unter anderem spielt da natürlich eine große Rolle, dass man im Vorhinein bei der Planung beachten muss, dass Sie ein separates Zimmer brauchen. Das buchen wir natürlich mit für den Pfleger, ist überhaupt kein Problem. Aber es ist natürlich ein etwas längerer Prozess. Das heißt, auch wenn da Kosten abgerechnet werden sollen, mit der Krankenkasse brauchen wir da, oder nicht wir, sondern die Krankenkasse in der Regel, drei bis sechs Monate vor der Reise, um das wirklich auch abgesegnet zu haben, weil am Ende bleiben Sie sonst auf den Kosten sitzen. Planen Sie das frühzeitig mit uns, dann können Sie auch einen Pfleger kennenlernen. Wir haben da einen großen Pool, das heißt, Sie können einfach auf uns zukommen. Wir planen die Reise mit Ihnen, machen Ihnen dafür ein separates Angebot und auf der anderen Seite haben wir einen Reisebegleiterpool, der dann für Sie zur Verfügung steht, wo Sie dann auch die Pfleger kennenlernen können, wenn Sie das möchten. Das war es erstmal zum Thema Pflege. Einfach ein kleiner Überblick. Sprechen Sie uns gerne an. Wir haben wirklich einen großen Pool an pflegerischen Möglichkeiten auch auf den Reisen und ich freue mich, wenn Sie sich bei uns melden. Mein Name ist Falk Ulias und ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.